Was reizt dich nach einigen Jahren immer noch? Also es reizt mich immer mehr eigentlich so rum. Es ist das unglaublich tolle Repertoire. Es ist das intime Musizieren. Es ist das Zusammenreisen, dass man nicht alleine unterwegs ist und alles, was gut oder auch nicht gut ist, man es durchvierteilt. Aber in erster Linie natürlich das Repertoire ist wunderbar, das Quartett, die Quartettliteratur. Ja. Gibt es eigentlich, ihr seid ja drei Brüder und dazu die Lisa an der Bratsche. Gibt es irgendwas, wo du sagst, jetzt hätte ich auch gerne mal Ruhe vor meinen Brüdern? Nein, eigentlich nicht. Also wir verstehen uns sehr gut und wir haben alle ein gutes Verhältnis zueinander. Also genug haben wir noch lange nicht voneinander. Ihr probt ja nun auch natürlich extrem viel zusammen, seid also ganz viel untereinander. Da macht es aus deiner Sicht irgendetwas aus, dass ihr Brüder seid? Also spielt ihr automatisch besser zusammen oder organischer? Das ist schwer zu beurteilen. Besser weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass, wenn wir zusammen kommunizieren, dass die Sache relativ klar ist. Wir müssen nicht viel über Details sprechen, sondern ich schaue den Erik oder den Marc an und ich weiß sofort, wie die Sache zu laufen hat. Und da kommunizieren wir vielleicht auf eine sehr höhere Ebene. Ich weiß es nicht, aber das, ja. Ihr seid ja nun kein tolles Trio, sondern ein tolles Quartett. Wie habt ihr es geschafft, die Lisa so wunderbar zu integrieren? Sie wirkt an sich wie die Schwester von euch. Ja gut, Lisa ist erstmal eine fabelhafte Bratschistin. Das ist erstmal Voraussetzung, dass sie das Instrument einfach wahnsinnig gut beherrscht. Und auch ein sehr empathischer Mensch, der sich reinfühlen kann in die Leute, in die Kollegen. Und von eigentlich der ersten Minute an einen organischen Zugang hatte, weil sie auch jeden von uns so akzeptiert, wie er ist. Und ist einfach eine tolle Kollegin. Ich glaube, sie wird auch in anderen Ensembles sich sehr gut einfinden. Das ist, sagen wir mal, eine Qualität von ihr. Und ich kann mir vorstellen, es ist sicher nicht einfach mit drei Brüdern. Für mich, also ich wüsste nicht, wie ich das machen würde, wenn ich in ein Ensemble kommen würde. Wenn da wo drei Geschwister sind, wo man denkt, mein Gott, die sind ja sowieso immer verbandelt miteinander. Aber sie hat das von Anfang an fabelhaft gemacht und mit einer Selbstverständlichkeit. Ihr spielt in Hamburg heute ein, wie ich finde, unglaublich apartes Programm. Ein spätes Mozart-Quartett, dann das dritte von Tchaikovsky. Kennen nicht so viele Leute. Dann das fast unbekannte Klavier-Quintett von Cäsar Frank. Wer sucht bei euch die Programme aus? Dafür bin ich zuständig. Ah, dann habe ich das Lob ja an die Richtigen gegeben. Und wie seid ihr auf diese Stücke gekommen? Also diese Kombination aus den dreien? Naja, das ist immer so eine Findung mit dem Programm. Also Tchaikovsky ist einer unserer Lieblingskomponisten. Und am öftesten wird ja das erste Quartett in D-Dur gespielt. Und da habe ich mich mal reingehört, was ist eigentlich mit den beiden anderen? Und das dritte habe ich mir mal angehört und war sofort von seiner Klangwelt, von Tchaikovsky so gefestet, dass ich gesagt habe, Leute, das müssen wir ins Programm nehmen. Und Mozart, Haydn, Beethoven bleiben für uns immer die Juwelen, die Klassiker, die uns wirklich wichtig sind. Und damit arbeiten wir jeden Tag. Und Cäsar Frank kam auch über Minahan Pressler. Er wollte das mit uns unbedingt spielen. Und hat mit euch heute seine Premiere. Er spielt jetzt zum ersten Mal. Er ist ja auch erst 94. Er ist erst 94 und spielt das Stück heute. Das ist seine Premiere. Also das ist, finde ich, auch unglaublich, dass er immer noch diese Neugier und diese Energie hat. Weil das ist ja auch ein wahnsinnig schweres Quintett. Und lang. Und lang. Aber er hat sich nicht gescheut, sondern geht mit jeder, mit so viel Energie an die Sache und mit so einer Leidenschaft. Also das ist wirklich sehr inspirierend für uns. Es sind ja zwei ziemlich dunkle Stücke. Sowohl der Tchaikovsky als auch der Frank. Ist das etwas, was euch auch besonders reizt? Oder ist es jetzt einfach eben Zufall und eines von vielen tollen Programmen? Also ich würde nicht sagen, dass wir besonders solche Stücke auswählen. Aber wenn wir auf eine Tour gehen, oder es ist komischerweise mit, also für mich persönlich, ich kann nur für mich reden. Aber jeden Abend mich dafür auf einer Tour wieder zu begeistern, ist vielleicht ein bisschen einfacher fast mit solcher Musik. Jeden Abend, sagen wir mal, einen Heiden auszupacken und den mit der gleichen Inspiration frischer zu spielen, ist fast schwerer als ein Tchaikovsky. Damit sage ich nicht, dass Tchaikovsky einfacher ist. Es ist genauso schwer. Aber es ist mir vielleicht näher an meiner Natur. Und beim Heiden, da muss ich wirklich auch in der richtigen Laune sein an dem Tag. Obwohl ich es natürlich trotzdem, egal wie ich drauf bin, so inspiriert wie möglich wieder spielen. Ihr spielt mit Menachem Pressler heute zusammen, du hast es schon gesagt, den Cäsar Franck. Gibt es irgendwas, von dem du sagen würdest, das ist das, was ich an Menachem Pressler, diesen großartigsten aller Trio-Pianisten zumindest, ganz besonders schätze? Natürlich findest du wahrscheinlich ganz, ganz vieles toll. Das lässt sich wirklich schwer in Worte fassen. Es ist einfach der ganze Mensch, die Persönlichkeit. Vor allen Dingen, wie du eben gesagt hast, im zweiten langsamen Satz von Cäsar Franck, da kommen Klänge, die sind nicht von dieser Welt. Und das hat so eine Zeitlosigkeit, so eine zeitlose Schönheit, aber auch so eine wirklich tiefe Wahrheit. Eine so wahrhaftige Stärke, aber das muss man erleben. Das kann man in Worten wirklich nicht ausdrücken. Das ist sehr schwierig. Also der ganze Mensch, die ganze Seele in Menachem Pressler. Dann habe ich jetzt einfach auch keine Worte mehr. Das war's. Tschüss, schön, dass ihr zugehört habt.